Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12071 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Zuversicht ist mein Schlüssel zu innerem Frieden und zu innerem Glück. Die Zuversicht ist mein Schlüssel zu innerem Frieden und zu innerem Glück. Deine Motivation kann durch äußere oder innere Faktoren beeinflusst werden. Deine Motivation kann durch äußere oder innere Faktoren beeinflusst werden. Deine Motivation kann durch äußere oder innere Faktoren beeinflusst werden. Beim Rollerfahren musst du dich mit beiden Händen gut am Lenkrad festhalten. Beim Rollerfahren musst du dich mit beiden Händen gut am Lenkrad festhalten. Beim Rollerfahren musst du dich mit beiden Händen gut am Lenkrad festhalten. Der Koch ist für die Einhaltung der Hygienevorschriften verantwortlich. Am Bahnhof steht ein verlassener Koffer. Ich finde, dass mein Aussehen bei dieser Beleuchtung besonders gut zur Geltung kommt. Ich finde, dass mein Aussehen bei dieser Beleuchtung besonders gut zur Geltung kommt. Notärzte arbeiten in der Regel im Rettungsdienst oder in Notaufnahmen von Krankenhäusern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.